Oh nö, ich hab's gewusst. Ich schau ihn doch jetzt bestimmt mit den ganzen Viecher auf. Können wir die kaputt machen? Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Alles erst mal weg. Okay, nehmen wir das hier jetzt mal alles mit. Und auch mit. Gibt's noch irgendwas? Ohne Feuerstein. Ähm. Ah. Achso, die wächst, damit wir hier rüber können. Das ist ja auch lustig. Hm. Ach, das sind drei Stück. Gott, ey. Frag mich, ob man an den vorbeischleichen kann. Ich frage mich, ob man an den vorbeischleichen muss. Na Jungs? Alles gut? Gut, dass ich das gesehen habe, sonst hätte ich da gerade bestimmt drauf geballert. Na, komm. Oh. Boah, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich werde sie immer hassen. Ah, toll. Es sind hier wieder tausend von diesen Eier-Dinger. Oh je. Gut. Gut, gut, gut. Gehen wir mal weiter. Oh je. Es sind doch bestimmt wieder tausend von diesen Viechern. Boah, das bin ich bloß in Ruhe. Nein, 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 geht weg. Puh. Alle, die machen halt schon Schaden. Drecksviecher. So. Bleh. Ist ja eklig. Schön weiterlaufen. Ich dachte weiterlaufen. Wollte ich in meine Richtung. Was willst du hier? Geh nochmal weg. Richtig, ich höre kaputt. Habe ich an denen hätte vorbeischleichen können? Keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin, will ich das doch gar nicht ausprobieren. Okay, da haben wir Funkenflug. Genau. Genau. Ich komme jetzt wieder weg. Wasser und Funken. Okay. Ja, komm schon. Komm. Komm. Hoch mit dir. So, mir passiert nix, ich dachte das wäre bei Half-Life 1, dass man nicht im Wasser stehen darf, wenn da Funken dran sind, tja. Könntest du dich mal wünschen, dass ich hier durchkomme? Ja voll nett, Alter! Lass das! Ich mag das nicht! Okay. Aber mein Herz sagt mir, es ist die Wahrheit. Ah, okay. Na gut. Wollen wir uns das mal angucken. Komm, Orb. Die werde ich auf jeden Fall kaputt machen hier. Das Ding auch. Oh, muss ich das Ding schon wieder mitschleppen? Naja, gut. Ich und meine Kiste, Peter. Sitzen auf dem... Peter, finden Sie die Zukunft, gelangen Sie zu den Docks, Ihnen läuft die Zeit davon. Ich bin hier dabei. Ganz sinnig mit den... jungen Männern. Oh, guck mal. Wie gehst du? Ich begebe mich zur Bahn. Wir treffen uns dort. Okay. Da nehmen wir mit, da nehmen wir mit. Okay. Hm. Wollen wir das mal ausprobieren? Wird er durchschleichen können? Was macht er denn da? Oh, guck mal. So wurde das Ruffel erfunden. Der kleine ruffelt sich zu Tode. Alter. Mensch. Ich hab doch gesagt, hört auf mit so'n Scheiß. Beep. Ein Geheimversteck. Was haben wir hier? Und die Tune. Dann nehmen wir auch alles mit. Helden-Upgrade-Entwürfe entdeckt. Inventar. Sie können mehr Erste-Hilfe-Packchen mitnehmen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist bestimmt mal eins, aber... Eins haben oder eins nicht haben, ne? Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Erste-Hilfe. Können wir gebrauchen. Ist das noch mehr Erste-Hilfe? Ne, woher geht's hin? Okidoki. Den schleichen wir hier mal weiter. Ich weiß nämlich nicht. Pi um die Ecke. Jungs. Na? Alles klar. Bim. Strom wieder hergestellt. Was haben wir denn hier? Nein, da ist gar nix hier. War schön, dass ihr jetzt hier seid. Ah! ZMG-Upgrade. Nehmen wir mit. Das kitzelt wieder. Das sieht aber auch schon richtig modern und kunstvoll aus. Mal bedenken, wie das erste ZMG aussah. Mhm. Ok. Wiederkehr. Drücken Sie Q... Äh... Nein. Drücken Sie zweimal schnell Q, um einen Soldaten in einen Wiederkehrer zu verwandeln. Ok. Oh, ich will jetzt gucken, was hier noch liegt. Die Wiederkehrer sind doch diese hier, oder? Gut. Gut, da gehen wir gleich weiter. Ich möchte jetzt gucken, was hier noch ist. Da ist nix. Ah, das war der Raum hier. Den wir gerade gesehen haben. Und hier das... Technologie E99 Zeugs mit. Und dann geht's weiter... Richtung Zug. Oh. Hm. So geht das nicht. Genau. Erst mal die Tür zu machen. Oh. So geht das nicht. Tja. Schick du mal deutscher. Ne, erstmal alles... bitte. Verdammt! So, ist der schon mal weg? Okay, der hat ja Munition. Hier nehmen wir erste Hilfe mit. Ich will das mal mit dem Wiederkehrer versuchen. So viel dazu. So viel dazu. Wo ist? Ey. Du kannst mal die Klappe halten da hinten. Wo ist du denn? Ah, komm schon. Wo bist du? Oh, die sind schon tot. Hier seid ihr Vögel. Na komm, dann komm doch runter. Ja. Was meint er? Mag ich mir doch mal so einen... ...Wiederkehrer benutzen? Oder muss ich Q-Trützung mit Druck halten? Oh, da muss ich Q-Trützung und Druck halten. Wo schießt ihr denn? No, noch nicht. Da steht der Jod Okay Oh Gehen wir mal hier schnell hin Eilen uns Nehmt mit Warum bin ich zu schießen, Mann? Oh, das mit dem Doppel-Hut drücken Bin ich zu blöd dafür? Oder Das funktioniert nicht so wie das soll Aber ich glaube eher, dass ich zu doof bin Wap Gehen wir mal deine Munition Okay Haben wir die ganze Munition Eingesammelt Achso Na gut Wenn ich mich schon erheilen konnte, dann nehmen wir natürlich Das Ressourcen-Pack Das Ressourcen-Pack das ist Kein Dreck Was? Wer denn? Ja, lauf doch rückwärts Die Treppe runter Und schieße auf mich Was ist das denn für ein komischer Trick? Ja, ja, schick du mal deinen Deutschen Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da Ich dachte, der wäre tot Sah so tot aus Oha, na dann Will ich die Tür wieder zumachen? Hm Na gut, dann nicht Darf ich mich mal heilen Und hier Das Heil-Ding mitzunehmen Oh Dann mach ich auch mal heile Munition Und nach oben Wollen wir keinen auf die Dudes kriegen Wenn wir nach oben gehen Psst Sie sind in der Nähe Naja, verliehen Einen Moment Okay Da blockiert noch eine Wache Den Weg zur Bahn Haben Sie eine Schusswaffe? Ne Ich hab Keine Schusswaffe Ich hab mich nämlich hier Durchgeschlichen Und Mit den Resten hab ich Geschlafen Damit die mich durchlassen Weißt du Mein Arsch ist schon ganz wund Verzeihung die Frage Hast du eine Waffe? Ja, ich habe eine Waffe Und das Beste ist Ich mach jetzt hier eine Pause So Wenn euch Das Video gefallen hat Lasst mir doch einen Daumen da Und oder einen Kommentar Teilt das Video Teilt alle meine Videos In die Welt hinaus Damit jeder Sie sehen kann Was für ein Idiot Ich bin Wie ich spiele Wie ich rede Gut Ich hoffe ihr seid dann auch Das nächste Mal dabei Wenn es heißt Single Reality Mit mir Dem Drehwerk Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Schönen Abend Schönes Wochenende Schöne Weihnachten Ostern Was auch immer ihr dieses Video seht Und wir sehen uns dann Im Nächsten Teil Mit mir Bis denn Ciao Bis denn